Was geht ab Leute, euer Fraps ist Hugh und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es um den Shop vom 27.03.2019. Doch bevor wir anfangen Freunde, heute gehe ich mein neues Auto abholen. Falls ihr dabei sein möchtet, folgt mir gerne mal auf Instagram fraps-yt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Da könnt ihr dann einfach mal vorbeischauen und abchecken, was auf jeden Fall heute geht. Gerne könnt ihr auch meinen Support-Creator-Code frpz-yt eingeben. Wäre eine mega mega geile Sache. Ich bin gespannt, ob heute etwas Neues in den Shop kommt. Ich denke eher nicht, aber das Ganze wird sich jetzt gleich in wenigen Sekunden herausstellen. Oh shit, let's go. Oh man, was denn da ist? Oh, da ist wenigstens ein Skin, den ich mir unbedingt gerne holen wollte. Aber bevor wir überhaupt damit anfangen, fangen wir heute auf der rechten Seite an. Wir haben einmal den Emote Lama Kadabra für 800 V-Bucks. Finde ich persönlich eigentlich mega cool. Auch hier die Animation mit den ganzen Lamas ist sehr schlicht und sehr cool gestalten. Dann, Freunde, haben wir die beschlagene Hacke für 800 V-Bucks. Das ist eine Spitzhacke, die sehr glänzt mit so einem komischen Lederarmband mit so Diamanten besetzt. Ist auf jeden Fall ganz in Ordnung, aber nichts Besonderes. Dann haben wir den Lightshow-Skin, auch 800 V-Bucks wert. Nichts Besonderes meiner Meinung nach. Und ich finde auch wirklich die weibliche Variante davon ein bisschen besser. Dann haben wir nochmal den Chaos-Charakter. Absolut hässlich, Leute. Also mit Herz. Es ist hässlich. Würde ich mir jetzt nicht kaufen. Gefällt mir überhaupt nicht. Also null mein Geschmack. Der Prismagleiter ist auch da für 800 V-Bucks. Geht eigentlich ganz in Ordnung, aber ich spiele lieber mit anderen Gleitern. Aber trotzdem kann ich es verstehen, wenn ihr ihn euch kaufen möchtet, weil er eigentlich ganz fresh ausschaut. Dann haben wir hier nochmal Jubelstimmung für 200 V-Bucks. Geht absolut in Ordnung, Leute. Ist ein geiler Emote. 200 V-Bucks gehen da auch vollkommen in Ordnung. Auf der linken Seite haben wir einmal den Tomaten-Skin erhalten. Und zwar ja auch mit dieser Herausforderung. Das heißt, wir können ihn auch auf diese Tempel-Version upgraden für 1500 V-Bucks. Ist ganz in Ordnung. Dann haben wir nochmal hier den Extra-Käse-Gleiter. Das ist es jetzt mir nicht wert. Also es lohnt sich nicht, meiner Meinung nach, dafür so viel Geld auszugeben. Axterone finde ich auch nicht so cool. Und so viel zum Tomaten-Skin. Dann haben wir nochmal den Wukong-Charakter für 2000 V-Bucks am Start. War jetzt auch eine lange Zeit eigentlich nicht mehr drin gewesen. Das Rücken-Assetor ist eigentlich ganz in Ordnung. Gefällt mir. Aber der Skin ist jetzt nichts, wo ich jetzt mit spielen würde. Weil, Leute, diese Schulterplatte versperrt nämlich die Sicht manchmal, wenn man halt damit schießt. Deswegen mag ich den Skin jetzt nicht so nicht. Dann haben wir nochmal den Jingu Bang als Spitzhacke am Start. Und zwar, weil man umso mehr mit der Spitzhacke schlägt, umso heftiger leuchtet diese. Könnt ihr auch gerade im Hintergrund sehen. Ist eigentlich eine richtig coole Spitzhacke, muss ich sagen. Sie ist halt reaktiv und deswegen gefällt sie mir. So viel auf jeden Fall dazu. Und heute haben wir Dunkle Forward erhalten. Ist auf jeden Fall ein Skin, den ich mir jetzt holen wollte. Weil mein guter Kollege Gurge spielt auch damit ab und an. Ist auf jeden Fall ein ganz cooler Skin. Ist mir erst seit neuestem ans Herz gewachsen. Keine Ahnung warum. Fragt mich nicht. Gurge hat mich dazu gebracht. Aber auf jeden Fall haben wir noch dazu passend das Weltraum-Landegerät für 1200 V-Bucks. Passend dazu natürlich auch das Weltraum-Shuttle. Ich finde aber das Schwarze ein bisschen besser. Sieht ein bisschen cooler aus. Auch hier mit diesen Akzenten und den Farbtönen. So viel zum Battle Royale Shop. Wenn es euch gefallen hat Freunde, schreibt mir gerne unten rein. Und wie findet ihr den Shop? Stimmt gerne mal rechts oben ab. Warum ist mein Shop verpackt? Und da steht immer noch 0 Sekunden. Naja, das wird nie einer von uns wissen. Aber Leben ist hart. Checkt gerne die Videobeschreibung aus Freunde. Für super günstige PSN-Karten. Die dann von 2-3 Minuten geliefert werden. Und mit dem Code FRAPS bekommt ihr sogar einen 5%igen Rabatt. Jetzt switchen wir in den Ready-die-Welt-Modus. Und schauen uns dort dann nochmal an, was für einen Lama wir erhalten haben. So Leute, in Ready-die-Welt haben wir das 11-fache Upgrade-Lama. Für 500 statt 550 V-Bucks ist ein Upgrade-Lama. Nur in einer 11-fachen Variation. Und eins bekommt man kostenlos sozusagen, wenn man jetzt hier dieses 11-fache Paket kauft. Im Gegenstandshop haben wir auf der linken Seite keine weitere Neuerung. Auf der rechten Seite genauso wenig. Und soviel auf jeden Fall hier zum Shop. Morgen wird sich das Ganze aktualisieren. Und da werden wir uns wieder im Shop-Video hören. Soweit hier an der Stelle soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen, lasst mir gerne mal einen Daumen. Dann vergesst nicht zu abonnieren und den Glock zu aktivieren. Ich wäre raus. Haut rein. Geht über den Flow. Euer Freund.